So, wir haben wieder unsere Sitzhaltung. Wir sitzen ganz aufrecht. Lassen wir es einmal fallen. Wieder aufrecht. Und lassen wir es wieder fallen. Und die Wirbelsäule wieder gerade. Und noch einmal. Wir nehmen die Arme einmal nach oben und einmal nach unten. Und wechseln. Die Handflächen zeigen jeweils schön zur Decke und zum Boden. Die Arme sind ganz gestreckt. Einmal. Nehmen wir die Fingerspitzen zueinander. Die Ellenbogen sind in Schulterhöhe. Und drehen den Körper einmal rechts und einmal nach links. Und so weiter. Immer wechseln. Die Atmung geht dabei ganz ruhig weiter. Sehr schön. Lassen wir die Arme hängen. Und drehen die Schultern. Immer schön nach vorne. Die Atmung geht ruhig weiter. Wir drehen nach hinten. Sehr schön. Sehr schön. Leute. ctoral. Detente. Die Atmung steht. Die Atmung steht. Was war命.